Blackstone, vollziehe mit uns die Reise deines Lebens und unterstütze dadurch Leben. Er spricht den Diener, nachdem er die Zufriedenheit Allahs erreicht hat, das Paradies. Geschwister im Glauben, der Prophet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sagt in einem Hadith, dass der Islam auf fünf basiert und zählt auf, nämlich die Shahadatein, das Zeugnis, dass es keine Gottheit gibt, die anbietungswürdig ist außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und dann das Gebet, das Entrichten des Zakat, das Verrichten des Hadj und das Fasten im Monat Ramadan. Geschwister im Glauben, wenn der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, Bunya al-Islamu ala khams, bedeutet, dass der Islam darauf basiert aufbaut, dass diese Dinge da sein müssen. Und nun gibt es, liebe Geschwister, eine Angelegenheit und diese Angelegenheit ist der Hadj oder die Hadj, die Pilgerfahrt. Geschwister im Glauben, die Brüder und Schwestern von Blackstone ermöglichen euch die Hadj nach dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und nach der Sunna des Propheten Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Und wie oft erwähnt, ist es, liebe Geschwister, das Wichtigste, dass man eine Pilgerfahrt entrichtet oder verrichtet, indem man das macht, was Allah, azzawajal, will und indem man das macht, was der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, uns gezeigt hat und vorgemacht hat. Denn wir wissen, liebe Geschwister, da die Hadj zu Ibadah, zu Gottesdienst gehört, wissen wir, dass die Gottesdienst ist ein allgemeines Wort für alles, was der Diener macht, tut, sagt, ausspricht, innerlich und äußerlich und so, dass es Allah gefällt. Und so wie der Prophet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, es beigebracht hat oder es gezeigt hat, wie der Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah in seinem Buch Al-Ubudiyah erwähnt, über das Wort Al-Ibadah. Ein allgemeines Wort für alles, was Allah liebt, mag und akzeptiert. Geschwister im Glauben. Die Hadj, die Pilgerfahrt, ist eine Sache, die den Menschen, den Diener Allahs auch reinigt. Und wir wissen, dass der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, gesagt hat, dass es für die angenommene Hadj, und hier ist sehr wichtig, eine angenommene Hadj, bedeutet nach Koran und Sunnah, keinen anderen Lohn gibt, außer das Paradies. Nun wird der eine oder der andere sagen, ich schaffe es nicht oder ich habe das Geld dafür nicht oder ich kann nicht. Gibt es hier, liebe Geschwister, A, die Absicht. Sehr wichtig ist, dass du die Absicht auffasst, dass du die Absicht nimmst und sagst, ich mache bei der nächsten Möglichkeit die Hadj mit. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man erstmal die Absicht hat. Denn wenn du die Absicht auffasst und dann dich dafür bemühst und Dinge dafür tust, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir irgendwann diesen Weg dahin ermöglichen. Fang an zu sparen, fang Dinge zur Seite zu tun. Und du wirst sehen, Allah wird dich versorgen von da, wo du es am wenigsten erwartest. Und dann wird die Zeit kommen, wo du dann die Pilgerfahrt entverrichten kannst. Wichtig ist aber, dass du erstmal die Absicht in deinem Herz auffasst. Dass du sagst, ich will es und es auch so meins. Nicht, dass manche sagen, oh, Hadj kostet so viel, ich schaffe es nie. Nein, achi, dieses Wort nie gibt es nicht für den Diener Allahs, der Allah nahe kommen möchte. Fasse die Absicht auf und wenn das nach fünf Jahren ist, ist es dann nach fünf Jahren. Denn Allah weiß, liebe Geschwister, und das Wissen ist bei ihm, wann du dann diesen Weg eingehen wirst. Deswegen, als allererstes, liebe Geschwister, ist die Absicht. Lass dich nicht vom Schaitan aus dem Wege bringen, aus dem Gleichgewicht. Weil das will er gerne, dass wir Dinge nicht, dass wir Dinge, liebe Geschwister, nicht ausüben. Dass wir uns selber bremsen, dass wir uns selber festhalten, obwohl die Möglichkeiten da sind. Es haben Leute geschaffen mit viel weniger. Es wurden Leute ermöglicht, die viel weniger hatten als du. Das ist, liebe Geschwister, der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, das Schöne, liebe Geschwister, bei der Organisation Blackstone ist, dass die Gewinne von den Pilgerern, von den Leuten, die sich für die Pilgerfahrt anmelden, oder für die Umrah, für den Besuch, für den normalen Besuch in Mekka und Medina, die Gewinne, die dadurch erzielt werden, gespendet werden, liebe Geschwister, in die Hilfsorganisation Ansar und in die Hilfsprojekte, die Ansar hat und die Hilfsprojekte, die da sind. Geschwister im Glauben, das ist wiederum ein anderer Punkt. Das heißt, schaffe ich jetzt nicht und ich habe die Möglichkeit, gerade nicht Hatsch zu machen, damit ich mit meinem Gewinn auch armen Menschen, bedürftigen Menschen helfe und gleichzeitig natürlich eine Säule der Religion erfülle und gleichzeitig natürlich mich säubere und gleichzeitig natürlich vielleicht, durch die angenommenen Hatsch, das Paradies erlange. Geschwister im Glauben, wenn wir diese Möglichkeit nicht besitzen, haben wir die Möglichkeit, diese Sache weiterzugeben, für diese Sache zu werben, für diese Sache weiterzuleiten. Weil wenn dann durch meine Weiterleitung, durch mein Weitergeben, Menschen, die vielleicht die Möglichkeit haben und das Geld besitzen, um diese Pilgerfahrt zu machen, liebe Geschwister, wenn ich Menschen dazu bewege und die das machen, dann habe ich auch meinen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also fasse die Absicht, nimm es dir vor, versuche es, tu was dafür und Allah, wir kennen das, liebe Geschwister, von den Überlieferungen, machst du einen Schritt, Allah macht zehn Schritte zu dir. Gehst du zu Allah, Allah läuft zu dir. Und das ist sehr wichtig. Erstmal das und zweitens, mache gleichzeitig, leite weiter, gib es weiter, gib es den Menschen mit, tu es kund, dass die Leute wissen, welche Möglichkeiten sie hier haben. Einmal die Pilgerfahrt und einmal helfen, den Menschen gleichzeitig zu helfen. Und wir sind, liebe Geschwister, Hassanet am Jagen. Wir sollen Hassanet Jäger sein. Wir wollen doch das Gute. Hier, achi, wir haben Flyer, du kannst Flyer nehmen und die verteilen, du kannst das Video teilen, all diese Sachen. Die Möglichkeiten sind doch da. Wir leben im Jahr 2017. Das sind so viele Möglichkeiten, um Dinge weiterzugeben. Und dann wirst du deinen Lohn, sei auf der Hut, sei auf der Hut nach dieser Belohnung, sei auf der Hut, dass du diesen Lohn ergatterst. Das ist wichtig, achi. Warum? Weil ich gesagt habe, dass das Schöne an dieser Organisation ist, dass die Gewinne dieser Gruppen dann auch für gute Zwecke gespendet sind. Das müssen wir uns festhalten, liebe Geschwister. Wir haben auf der einen Seite die Ibadah, der eine Säule der Religion und auf der anderen Seite haben wir, liebe Geschwister, das Spenden und das Opfern und das Geben für Allah subhanahu wa ta'ala. Diese zwei Sachen, liebe Geschwister, wollte ich euch schnell legen und ich hoffe, dass ihr diese Sachen auch so wahrnehmt. Ich selbst auch natürlich. Und wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur von mir und von Schaitan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das nur von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum, was salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.